Ein Lastenfahrrad als Lieferfahrzeug, das haben wir Ihnen hier in der SAK TV Reportage vor kurzem bereits vorgestellt. Doch eignet sich so ein E-Bike auch für SHK-Betriebe? Kann man auf dem Lastenfahrrad das ganze Werkzeug und Material unterbringen? Und wie reagieren überhaupt die Kunden, wenn der Monteur angestrampelt kommt? Diese Fragen hat sich auch Matthias Uecker, Inhaber des SHK-Betriebs James Markwart aus Bremerhaven gestellt. Er hat seinen Fuhrpark um ein E-Bike mit Transportkiste erweitert. Wir haben für Sie einmal nachgefragt, was er sich davon verspricht und warum seine Monteure demnächst strampeln sollen. Ja, warum macht man das? Bei uns hat das zwei Gründe. Zum einen ist ja CO2 jetzt das allgegenwärtige Thema. Wir wollen CO2-Emissionen so ein bisschen verringern. Und ich fahre selber gerne Fahrrad und finde es eigentlich auch ganz gut, wenn man sich bewegt. Und dann habe ich immer gedacht, Mensch, das kann man auch irgendwie kombinieren in irgendeiner Form. Jetzt hat es sich ergeben, dass wir für ein großes Wohnungsbauunternehmen hier in Bremerhaven ein Gebiet zugeteilt bekommen haben, das genau an unserer Firma angrenzt. Das heißt also, dass wir das zu Fuß zehn Minuten mit dem Fahrrad, zweieinhalb, drei, vier, fünf Minuten erreichen können. Und dann machen wir den Service, Kleinstinstandhaltung, mal ein WC-Becken erneuern, mal eine Armatur reparieren. So, das wird da alles abgearbeitet. Und dann haben wir die Idee gehabt, Mensch, können wir das nicht über ein Lastenfahrrad machen? Werkzeug und Kleinteile finden in der Transportbox vor dem Lenkerplatz. In dem Anhänger sollen dann größere Teile wie ein WC oder ein neuer Spülkasten transportiert werden können. Bei der Auswahl des richtigen Lastrades war eine Sache für Matthias Uecker ganz besonders wichtig. Wir wollten auf jeden Fall ein Dreirad haben. Wir haben vorne zwei Räder, hinten eins. Wenn das ein normales, es gibt auch Lastenräder, die nur zwei Räder haben, wenn man so ein bisschen unsicher beim Fahren ist und mit Lasten zu tun hat, dann ist das schwer zu handeln, wenn man so ein bisschen mit Gewicht zu tun hat. Ebenfalls das Handling erleichtern soll die Neigetechnik. Am Lenker kann der Fahrrad das Rad entriegeln und sich dann in die Kurve legen. Der Akku liefert 640 Wattstunden. Für 80 Kilometer hat das in einem ersten Praxistest ausgereicht. Neben der durchaus alltagstauglichen Technik und dem Umweltaspekt sprachen aber auch andere Gründe für das Experiment Lastenrad. Ich will ja nicht verheimlich, dass das für uns auch einen netten Nebeneffekt hat. Wenn man mit dem Lastenfahrrad durch die Gegend fährt und man so ein bisschen zeigt im Bremerhaven, dass man als SHK-Betrieb mit dem Lastenfahrrad fährt. Punkt 1. Das ist schon mal ein gewisser Werbeeffekt, den wir da haben. Das, was ich persönlich auch ganz gut finde. Zweitens, gekostet hat das, so wie es jetzt hier steht, sind wir bei 5200 Euro. Das wurde von der BAFA bezuschusst mit 1800 Euro. Ich finde das nicht zu viel. Wenn man das von Mai bis September nutzen kann, dann haben wir 5 Monate, die wir ein Fahrzeug nicht brauchen, wo wir kein Benzin tanken müssen usw. Das ist auch für uns eine Kostenersparnis. Natürlich ist die Ladekapazität im Gegensatz zu einem Transporter beschränkt. Die Duschtrennwand wird wohl auch im Bremerhaven zukünftig eher per Transporter zum Kunden gelangen. Bei seinen Mitarbeitern konnte der Chef mit seiner Idee landen. Drei Monteure haben sich freiwillig gemeldet, zukünftig bei der Fahrt zum Kunden in die Pedale zu treten. Für Matthias Oecker ist das Lastenrad ein wichtiger Baustein, um CO2-Emissionen zu reduzieren. Ich bin ja auch ein Freund davon, dass man die Verbrennungsmotoren irgendwann mal zurückfährt. Also wie gesagt, CO2-Emissionen ist ein Thema. Das Wetter ändert sich draußen. Das merkt man jeden Tag aufs Neue. Hitze, Rekorde werden gebrochen. Es regnet viel mehr, viel mehr Stürme. Also wir sind da unmittelbar von betroffen. Und wenn wir nicht einmal mal handeln, dann sieht es düster aus. Ich glaube nicht, dass das noch so lange gut geht. Da sollte man irgendwann umsteigen und von Verbrennungsmotoren weggehen. Das eine Fahrrad macht es natürlich nicht. Aber man sollte vielleicht irgendwann versuchen zu signalisieren, anderen zu zeigen, dass es vielleicht auch so geht. Und wenn Sie wissen wollen, wie das geht, dann empfehle ich Ihnen unsere Reportage zum Thema E-Mobilität. Diese finden Sie auf SRK TV unter der Kategorie Reportage. Und damit Tschüss für heute. Gerne bis morgen. Dann gibt es hier Ihren SRK TV Markt.